Wir haben schon wieder einen Rekrut im Team und zwar Level 194. Warum auch immer man das machen muss, ich weiß es immer noch nicht, aber erst einmal Hallala Seitz und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wann spielst du denn endlich mal wieder Rekrut? Ja, ich doch. Level 172. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ach, Bombe auch so. Äh, beim Serverraum wuselt schon was. Ne, was ist das? Hey, wo? Ach, feuchtig abgebogen. Halt, das war hier. Also bei A, äh, bei B Bombe ist... Oh, stöße ne Mann da oben, das ist ja gar nicht mehr so blöd. Bitte bei A? Bei, äh, ist ein Loch zwischen... B und A. Okay. Direkt hinterm Schrank, also wenn du das Fenster reingibst, dann siehst du... Fünf Sekunden bis Einsatz. Und am Fenster ist ne Mine von Lesion und dann haupt ein Mist. Entschärfer wurde erneut gesichert. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Ich hab den Entschärfer, also passt auf mich auf. Das Ding hat schon einen Schuss weg. Jetzt ist es aus. Stößender, Sprengsatz. Zwei zerstört. Loha, eyla. Luke geht oben auf. Da ist jemand drin von denen. Luke hier oben. Wieso hilfst du ihm denn hier hinten nicht, Mensch? Wer denn? Ach, da ist jemand verletzt. Hier oben ist jemand bei mir. Ja, ich hab doch gesagt, hilfst du ihm. Ist irgendwo noch ein Nähtier. Ja, dann geh doch da nicht rein. Geh doch. Es gibt noch andere Eingänge, also. Ach. Klappt zwei Minuten noch. Hast du einen Laser drauf? Nö. Ganz sicher nicht. Die haben Kamerafrau, ich werde entdeckt. Kamera da hinten? Kamerafrau, ich hab alle Außenkameras schon. Ja, mein ich doch. Oben. Hm. Nee. Ach, hinlegen geht nicht und Stachel ziehen. Komm, zieh doch. Auf dem Server. Auf dem Server, wenn man reinkommt. Die kleine Tür. Ach, was? Wieso rennst du denn da auch rein? Geh doch bei B rein. Da ist... Ich war schon verletzt. Ich musste halt dann schnell anregen. Ja, aber wieso? Ich musste in irgendeine Deckung gehen. Ja, aber du hättest noch im Fenster oder... ...gleich links da rein. Steh das mal nicht, ey. Warum müsst ihr so weit rum? Da war doch eine Mine, hast du doch gesagt. Ich hab doch gesagt... ...gesagt, dass ich die zerstört hab. Ich hab doch reingefused. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entspricht. Stachel drauf angebracht. In diesem Bereich ist ein AVS aktiv. Splittergarner! Nur noch 10 Sekunden. Tür gesichert! AVS ist Einsatz bereit. Es bleiben 5 Sekunden. Bombe vom Gegner entdeckt. Tür ist gesichert! Mach da zu, Jäger. Nein, wieso? Komm da rein, wo du rein gehst, wo du es gehst. Jetzt noch eine Wand. Weil die wird auch gebraucht. Jetzt bin ich der Einzige drin. Die kommen am Fenster hier an, wo du standst, mit der Mine. Nee, die kommen auch von hinten an. Ach komm, Schwarzbad, Schwarzbad am kleinen Fenster vorne, wo du standest. Bin tot. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Wenn ich jemanden in dem Badgang sehe. Am Bad ist noch drin. Und in der Tür. Direkt an dem... Ja, ich habe da jemanden neben mir. Ich sag's ja bloß. Ich krieg... Ich hör das doch, dass da einer ist. Bombenmenschärfer platziert. Der Gläs. Der Gläs. Ich lade nach. Bombenmenschärfer aufgespürt. Sofort zerstören. Okay, was tue ich da? Puh. Das letzte ist da vor der Haupteingangstür rumgerannt. Wollte gerade zum kleinen Fenster. Bange noch zwei Üben. Nein, bei den Gegnern waren zwei Üben nicht. Gläs und Blackbeard. Bei uns waren auch noch zwei Üben. Zwei Mal Blend, zwei Mal Splitter, einmal Sprengen. Splend, Blätter, Sprengen. Oder Splend, Sprengen, Sprengen. Splend, Sprengen. Na, was dauert denn jetzt da so? Guck dir die Finger an. Die sagen ja gar nichts. Das sind noch Standardwerte. Beim Regenbogenspiel. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuführen. Ja, man muss das Stromfutzeln. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Ah. Ja, dann kommen wir bloß an Bieren. Hm, ah, kann sie knicken. Außer du quetschst dich durch das kleine Kameraloch da unten. Hinter der Dusche. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Na. Was du klebst da oben? Dein Icon war da oben. Arschloch. Die Sion steht noch direkt vorm Fenster. Ich hoffe, ihr macht das nicht gleich auf, ey. Vielleicht nicht noch reinfutzeln. Ist er offen? Ja, wo? Ich weiß noch nicht, ich bin noch gar nicht rum. Ja. Nee. Also hier ist offen, ja, die Wand ist offen da oben raus. Deswegen ist er da raus. Ja, das ist jetzt das Spiel. Vielleicht ist das offen. Boah. Merk, ich bin der Galate! Kann ich aufmachen. Ja, das ist ein Schlitz unten offen. Also Vorsicht, beim Vorbeirand. Aber warte noch, ey, so was ist das schon. Nee, du machst mir nicht Sprenghörungen kaputt. Ich mach mal auf. Ich schuf auf jeden Fall dreimal Stacheldraht zuerst, ja. Lesionmine. Hab ich. Okay. 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 Ich bin wieder eine geworfen. Hab sie. Ja, aber wo stand der jetzt? Hinterm Schreibtisch soll er sein. Kaut auf seinem Streichholz. Okay. Komm mal. Also A-Bombe haben sie aufgemacht, ist sie noch offen und Lesion steht dahinter am Schreibtisch und Smog oben könnts hinten über das kleine Fenster von vorhin rein. Noch 40. Und was? Was? Neutralisiert. Tja, war er zuletzt der bekannte Position? Ja, zuletzt, er kann sich bewegen, er hat... Ja, kann jeder sich, es ist klar. Ja, das sind solche Spekulationen. Na, was heißt denn, ich hab bloß die letzten bekannten Standorte durchgegeben. Ja, das hast du... Kann doch nicht schaden. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt und heizt sie. Nur steh doch auf. Nur noch 10 Sekunden. Wie machst du da zu? Es ist mir lieber, als die Tüte auf und zeigen. Ja, aber hier sind doch noch Wände zum zu machen. Na, es schutzt noch dazwischen. Kann man sich hier dahinter stellen, dann auf die andere Bombe gucken. Hm, die Schneideraußenkamera ist kaputt. Was ist das? 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 Der plantet, der plantet! Ja, ich hab's schon gehört Das Ding immerhin da drin Blackbeard ist es Ich sagte doch, Blackbeard ist es Sieht mich nicht Schade Mission gescheitert Eigentrunk neutralisiert Look und lach war gar nicht mal so nett Schade Habe ich da am Ende zu viel gewollt als Westmann gegen Schwarzbad Dieses nach vorne gucken Er wusste ja immerhin wo ich bin Aber ob's die rundherum gerissen hätte Man weiß es nicht Verloren haben wir so oder so Und damit bis zum nächsten Mal Macht's gut und tschüss Was ist das? Was ist das?